Einer vergessen das Mikrofon wieder anzuschalten. Okay, oh meiner. Eine Jalousie will hier auch runterkommen. So, okay. Hi, gute W. Willkommen zurück zu Let's Play New Replicant Durchgang C. Wir sind im Innern des Schiffs, Frags. Wegen Luise. Ja, wir gehen hinein. Ich habe das letzte Mal leider kurzfristig unterbrechen müssen, weil das da ein paar technische Probleme gab. Deswegen heute hoffentlich ohne diese Scherereien. So, bis hierhin kamen wir ja auch vom letzten Mal und jetzt können wir ein bisschen vorgehen. Was ist mit diesem Teil los? Oh, hey, es ist du. Wait, du bist der Postmann? Oh, ich bin hier ein bisschen. Not lately. Ich glaube, diese Frau war auf dem Schiff, wenn es in die Schiff war. Ich habe einen Augenblick auf sie, bis sie gut genug ist, um zu gehen. Hey, so... This is kind of awkward, but... The girl is, you know, bleeding. I brought a bunch of bandages with me, but... Well, how exactly does one deal with a woman's time? Sorry, sorry. Clearly crossed the line there. Forget I said anything. Ganz bestimmt nicht. So blutet sie. Sondern weil sie ein Schatten ist. Stay the hell away from her. She isn't... Busten. We'll figure something out. You just find a way to get the hell out of here. The two of them will be fine, but you and I must withdraw. The ship is collapsing. We must leave very much aware of that. Thanks. Okay. They're in the way. Die sind aber kleinem auf Leben hier. Guck mal. Ne. Oder weiter. Looks like we can get out through that hole up there. So I get home day up. I'm glad you two made it out in one piece. Yeah, we're good. But that poor postman is still trapped inside. We'd better go help him out. No shade would dare pursue us into sunlight such as... We should use the opportunity to ready us help. What on earth? Ja, what on earth. Genau. Ich frage mich halt echt auch bei dem Design dieser Spiele manchmal geht es Yoko Taro gut. Reed! Why isn't this shade being hurt by the sun? That is not precisely the case. It most certainly is being burned by the sunlight. However, its regenerative abilities far outpace whatever damage the light is able to inflict. This light, something is coming. Get out of the way at once. Oh, listen. It's singing. This thing actually thinks it's a person. Ja, ha, 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 ha. Den Kennerli. What the fuck. What the fuck. Okay, jetzt übertreibt ihr aber, ne? I don't know where the singing lessons came from, but I do know it's sure as hell trying to eat us. I don't know where the singing lessons come from. What the fuck. What the fuck. I don't know. I don't know. I don't know what the singing lessons is. Okay, jetzt übertreib mal. Da suche ich doch, wenn alles gut ist. Ich glaube nicht, dass du menschliche Mädchen bist. Du bist hart weit davon entfernt. Einer zu werden. Okay, übertreibt. Nochmal. Der macht nochmal. Geh, 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 geh. Ey, ich bin noch gesprungen. Ach mich. Ich wollte ja sagen, ich bin noch so OP. Guck mal, wie OP ich halt bin. Zwei Schläge und down. Wenn sie treffen. Das ist ein bisschen wie Asura's Raft, ne? Das ist ein bisschen wie Asura. Wir verstehen uns nicht? Übertreib halt The thing you could recover from such a grievous wound Ordinary attacks aren't going to do shit against this thing We will just have to up our own attacks to match You get its weakness by now, yeah, sunshine? Well then, get to carving this bastard up before we're all dead I know, damn it, I know The core of this thing is in the mouth We need to get up there Are you serious? Um, but how are we supposed to do that? Instead of wasting time running your mouths How about you keep attacking the damn thing until it falls over? Hey, the guy from before has collapsed on the beach That Shane's got some kind of heart on for it We should take him hostage Shut your yap I'm not in the business of using my blades on people I'm not in the business of using my blades Dieser Tyrant, der hat echt auch einen Schaden Hey, guck mal, ich spring da immer Aber trotzdem getroffen, ne? Ich hab das Gefühl, dass das Ding aber auch mit jedem Durchgang immer schwerer wird Mein gut, es ist halt der zweite New Game Pass Im Durchgang Bananarama Ist vielleicht tot Der springt halt nicht Fast riesendöde geworden Also, Vincent steckt sich sowas als Dödel Okay, gut Wisst ihr Bescheid You heard it here first Riesendödel Sextape von, uh, Vincent Das Ding ist, was ich hier gerade mache Ich kann mich daran erinnern, dass der Kanzung ablief Bravo, Boden los Ey Shit Ey Warte, warte, das Ding dreht sich Lauf Lauf Hört auf Lauf Ich muss, dass das Ding gespammen ist hier Gleichgewandung gegen den Spam Das schmecke ich auf seinem Forum Äh, doch auf Und die Leute in Meeresfront haben nix mitbekommen, gell, das muss ich mir mal vorstellen Aber eigentlich sind sie schon trage ich Ich kann mich Nissan schnau- Ich kann die Leute in Musik wirklich Ui Ich kann das Ding Ich kann mich Beim ersten Mal, beim ersten Durchgang, bei Durchgang A dachte ich noch, jawohl, Schiele recht und jetzt, weiß ich, dass wir die Schlimmeren sind, das ist nicht gut, rote Dankeschön, du hast wirklich unser Bacon geholfen, du hast so viel für mich getan, ein wenig Refuge ist das Leid, was ich tun kann. Ich habe keine Worte, um zu sagen, wie sorry ich bin. Wir alle wussten, dass die Kirche da sind, da zu essen, aber ich habe nie gedacht, dass ich das ganze Zeit verwendet habe. Das Problem liegt mit diesem Schlimmer, Postmann, nicht dir. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal glauben kann. Okay, naja, besser gehen wir. Es gibt jemanden, die wir uns zu verbrechen haben. Ich hoffe, dass wir uns zu sehen, dass wir uns zu sehen. Hey, hast du meinen Vater gefunden? Ja. Das Problem ist... Warte, warum hast du Angst? Ist er gut? Bitte sag mir, er ist gut. Hm? Of course. Hm... Ich habe es gut gemacht. Ihr Mann wurde mit einem Schaden. Wir haben ihn getrunken. Ich habe mich verletzt, aber es war schon zu lange. Nein, das kann nicht sein. Der Schlimmer, immer kugelte seine Kleine. Ich denke immer wieder auf mich. Oh Gott, das kann nicht passieren. Es schützt diesen alten Tonnen, zu denken, dass wir nie die beiden wieder in den Händen hören können. So war Blocken. Ich hab die ganze Zeit überlegt, wie war das Blocken nochmal. Ich muss das jetzt erstmal fertig mit aufnehmen, weil ich dann noch die anderen RPGs hier fertig mitbringen will. Ich hab immer noch drei weitere außerdem hier. Und zwar... Persona 3. Dragon's Dogma und Strand of Paradise, ne? Oh, das ist eine Szene. Hey, wir wollen das aufwissen. Mehrere Tage später. Ja. Es ist so, dass ich in eine Art von einem Traum bin bin. Hey, letter guy. Du bist das... Um, ich meine, wie kann ich dir helfen? Ich habe eine letter für dich. Wait, du hast eine letter für mich? Ja, es ist von dem Schiff. Louise? Lass mich sehen. Oh, es sagt, danke. Wow, schau an das. Wow, den Brief... Jetzt kriegen wir das hier aufwissen, was im Brief steht, in der Durchgang C, ja? Ich habe das hier aufwissen. Und schau an. Wie kann ich nicht jetzt aufhören, zu sehen, ihr smile... Oder zu hören, zu hören, ihr singt die Song, die sie vorzunehmen. Ich weiß, dass sie eine Menschen liebt. Ich weiß, dass sie ein Monster war. Dank. Wow, cool. Da gibt es sogar noch eine neue Trophäe. Die Musik schon wieder, ne? Keiner, aber wir laufen mal. Also, beziehungsweise ich mache hier meine Barrels. Krass, es kommen gerade gar keine Schatten. Die sind irgendwie alle weg. Wir brauchen gehen, was ist denn los hier? Wir müssen aber bald schon am Ende von Durchgang zählt sein, habe ich jetzt überlegt. Dann haben wir noch Durchgang D und dann Durchgang E ist mal was ganz anderes, ne? Also bei D wiederholen sich halt noch einiges. Also wird schnell durchgebrochen, weil wir haben ja alle Waffen. Waffen. Naja. Pusht. Aber auch schon, geht jetzt auch schon alle zwei Jahre hier. Wie ist das bei? Aber wir gehen irgendwie immer alle so lang. Ich brauche echt was denn, ich brauche echt eine Konstante mit dem Hochladen. Ich mache jetzt was, kommt was dazwischen. Wir schauen mal, ob das nächste Schule besser wird. In diesem wird es nicht besser, das weiß ich jetzt schon. Nächste Woche der Klassenfahrt. Abschlusswürdig und korrigieren. Wir schauen mal. Gelle. Und zwar, du hast es zurückgebracht. Hast du eine neue Informationen über die Schlüssel zur Schädelord? Ich arbeite immer noch auf die Beschreibung, aber ich bin Angst, dass die Progresse hat. Der Serberis-Loyal kann sich ein Korn. Aber ich habe nie gesehen, was für die Bille ist. Es muss sich ziemlich kompliziert, wenn du auch nicht wegfassest. Du bist unsere letzte Hoffnung, also... Bitte, weiter versuchen, okay? Ich werde. Du könntest den Schlüssel, Mystic. Und ich befürchte, ich weiß, was jetzt kommt. Die Hochzeit in der Wüste, ne? Hey, ich dachte, ich gucke runter. Genau, gemäß Regel so und so wird verkündet. Hey, das ist der König. Oh, da kommt die Geschichte mit der Hochzeit und dem Wolf. Es ist echt von einer Tragödie in die nächste, wenn man hier gestürzt wird. Mal gucken, wie weit wir kommen heute noch in Durchgang C. Ah, salam alaikum. Hey, ich bin gekommen, der Fallschi, wollte ich doch anziehen. Ich weiß nicht, ein zweiter gedrückt. Passier, passier. Ja genau, das mit den Wölfen passiert jetzt. Das ist ja auch ein Schatten, das gehe ich davon aus. Der hat immer eine Tour an Leben, vielleicht war es auch ein Hund, der aus besseren Zeiten spricht, wie er gelernt hat, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben. Ich weiß nicht, dass es dich nicht interessiert ist, um die Wölfen zu finden, in den Wölfen zu finden? Sie leben normalerweise in den Wölfen, ja? Die Wölfen würde sich ein wenig für sie behaupten. Wir können sicherlich wissen, was sie essen. Oof, nicht auf. Warte mal, irgendwer konnte mich doch da hinfangen, hier unten, der Typ. Von einem Fährermann zum nächsten. So, ich will zur Audienz hier. Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht auf der Englisch oder Deutsch bin. Wir hören uns über deine Zeit, dass du dich anst. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Wir hören deine Zeit, die Bacheloren. Herzlichen Dank. Entschuldigung, meine Präume, aber wir sind alle... Wir hören uns an. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Oh, was wauw, wauw? G'eraus, ich danke, Ihre Freundin. Oh, ich weiß, dass die Kaine nicht hier ist, aber... Was aber das Problem war, für mich? Wir hören uns an... Wauw, 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 wauw. Natürlich.